UNTERTITELUNG Siemens, Kinder! Herr Hauptsturmführer! Herr Hauptsturmführer! Herr Hauptsturmführer! Herr Hauptsturmführer! Entschuldigen Sie! Dieser Mann kommt mit mir! Das ist nicht möglich, die Listen sind bereits gestoppt! Scheiß doch Ihre Listen! Der Mann kommt mit mir! Das ist ein Befehl! Und ich brauche den Befehl vom Kommandanten! Erst verschieße ich Sie und dann bekommen Sie Ihren Befehl vom Kommandanten! Jawohl!